Chris Rush hier auf dem Kanal von Black Panther Power Memoir, ist ja mein Kanal. Jedenfalls spielen wir hier Black Ops 3. Ich überlege jetzt hier das öfterste Film, öfters hochzuladen und so weiter. Denn ich meine, ich mich schon so unrecht, ja, ich hätte noch nicht gut bezeichnet, sondern ein schlechter Spieler. Jedenfalls spielen wir hier auf Hardcore. Abschuss bestätigt. Und nehmen wir die Ganze zu schlagen. Ich bin dann Kassier. Ich bin dann der Zahre. das andere seite spawnpunkt jetzt da haben wir den ersten da kommt einer warten wir kurz andere seite hinter uns nein glaubst du glaubst ich noch mal ich hasse diesen weg komm nimm's er ist da am campen da kommt er langsam naja zweimal auf die phrase jetzt erstmal bekommen nix gibt's nix ich seh das nicht kollege oh scheiße oh scheiße oh scheiße das machen wir den kämen sogar eigentlich nein ich glaub das nicht dieser wichse ja 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 okay 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 ich hoffe für ihn er fliegt vom server nehmen wir mich noch mal zweimal abschießen wird still sein ist da was Nee. Zack. Hier muss einer. Nee, war nie drin. Hahaha! Voll bad, aber egal. Ach, Spaß nie. Von my own. Nein! Ich erteile. Okay, deshalb so wild, solange wir... Längst ist was. Längst ist was, Kollege, pass auf! Haha! Da ist dieser Teller. Wirkt damit! Wieso kämmt der da? Wieso? Ich peile das mit. Ja, ja, ja. So sieht's aus, meine Freunde, ne? Hör doch auf, auf mich zu schießen. Oh, der Typ ist so bad. Okay, Leute, ich mach auch nicht der Beste, aber ich schieß nicht meine eigenen Leute einfach so ab. Ich mein, das muss man sich mal geben. Das ist doch wirklich so... Abfuck. Okay, wieder eine Drohne, ich werde jetzt wieder abgeschockt. Von... ... 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 Ich seh wieder was. Gut. Na komm. Glaubt nicht, Leute, was letztens einem Kumpel von mir passiert ist. Ne? Mit meinen Arbeitskollegen. Fuck. Wenn sie mir klar sein sollen. Jedenfalls spielen wir so Hardcore bei Hardcore ist es ja halt möglich, dass man, ähm, seine eigenen Mates abschießen kann. Und, ähm, ja, der ruft sich halt Vorräte, ne? Es ist nochmal so, wenn man dreimal jemanden abschießt, seinen eigenen Teammate, dann fliegt man raus. Und, er ruft sich Vorräte, ne, hat es dann Punkte auf den Boden gesetzt. Was macht ein Teammate, weil er so bad ist, so einfach so bad? Er stellt sich genau unter die Vorräte, damit der von denen erwischt wird und dann einfach rausfliegt. Also mein Teammate, also mein Kumpel jetzt, ne? Ja. Weil dann hätten wir ja die Vorräte, denen er gekippt und dann fliegt er heraus. Dann habe ich überlegt, ja, was für ein Hu-Ray-Zone kommt denn bitte auf so ne dämliche Idee? Übrigens, Prestigemeister 523, ne? 21 zu 23. Very good, würde ich mal sagen. Ja, Leute, das ist jetzt hier mein erstes Theorie-Video. Lasst mal eure Meinung da, wie ihr es fandet, gut, schlecht oder sonst irgendwas. Ja, ich spiele halt ansonsten fast nur Hardcore. Ja, ihr seht hier übrigens mein wunderschönes Emblem, ne? Und, ähm, ja, wie dem auch sei, vielleicht sieht man sich im Spiel oder nicht, Playstation 4. Bis dahin, haut rein!